Was geht ab? Marco! Busfahrt war geil! Der hübscheste Mann ever! Schmölle! Ich tolle dich! Aber die Kabine ist das Gleiche, was war. Wirklich. Ah! Was für ein Bild! Hallo liebe BVB-Fans und willkommen zum zweiten Vlog hier in Dortmund. Heute ist Familienfeiertag. Heute ist Saisoneröffnung und ich werde euch heute wieder mit hinter die Kulissen nehmen. Nochmal vielen lieben Dank für das positive Feedback für den ersten Vlog. Bevor ich euch jetzt weiter volle, aber nehme ich euch jetzt mit hinter die Kulissen. Hier ist auch gleich die Bühne hinter der Bühne. Und wir gucken uns einmal an, was hier auf dem Film und Feiertag geht. Und ja, let's go! So Leute, wie ihr sehen könnt, kommen dann unsere BVB-Legenden. Die ersten Fans haben sie gespottet. Und da sind sie, unsere Legenden. Der hübscheste Mann ever! Schwille! Wie geht's dir? Dankeschön! Alles gut, danke! Dieser Mann ist einmal nur wiesig! Die Stadt ist einfach schwarz, geil! Einfach nur geil! Janik ist am Start! Zeig mal, was du drauf hast! Guck mal, da ist die Kamera! Super! Super, geil! Hammer! Schaffst du es, jemanden Trick beizusenken? Irgendjemand eintritt? Irgendjemand eintritt! Rande, wucht dich aber laut! Ja! Danke dir! Danke dir! Danke dir! Du kriegst ein Beini! Ja, natürlich! Hier hau ich zwei Tore rein! Eine Blutgrätsche! Ich tolle dich! Oh, Ansage! Und was wetten wir? Das müssen wir uns noch überlegen! Oh, okay! Kamera aus! Die Frauen, Handball, Damen kommen auch gerade! Die werden nämlich auch später auf die Bühne kommen! E-Football! Das geht, das geht! Alles gut? Ja, bei dir? Yes! So Leute, wir sind jetzt hier im schönsten Stadion der Welt. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Wir sind jetzt nicht mal am Hansa Platz. Und ja, hier geht es nämlich weiter mit der Saisoneröffnung. Die Ränge füllen sich schon so langsam. Hier könnt ihr schon sehen. Hier sind ein paar Leute. Aber, als ich hier angekommen bin, draußen ist die Hölle los. Das bedeutet, wir springen einmal kurz raus. Und ich zeige euch mal, was da gerade abgeht. Dankeschön! Danke! Komm, komm, komm! Die Hälfte ist fast geschafft! Dann geht noch mal! Wir sind in der Mixed Zone. Hier treffen wir jetzt alle zusammen. Also, wir haben hier einmal die Frauenmannschaft, die jetzt hier reinkommt. Dann haben wir einmal die Züchtlingsabteilung. Da hinten haben wir die BVB-Legenden und unser Headcoach auch am Start. Wo hast du früher gesessen? Zeig mir mal bitte! Ich glaube, ich war so auf der linken Seite Mitte. Weiß nicht mehr wo? Neben Max. Aber der Max war andere. Hier war neben Subotic. Hier war neben. Hier? Ich war schon zehn Jahre. Verrückt, oder zehn Jahre? Ich habe es vergessen. Aber die Kabine ist das Gleiche, was es war. Wirklich. Muss man ein bisschen erinnern auf ihn. Kollege, was suchst du denn hier? Du weißt, Bishu. Ich war flüssig immer noch. Echt? Ja. Wieso? Mindestens du bist der Einzelne. Das war es ein chillier. Ich will da Liesbücher jetzt, aber ich will diese hier, diese hier, ich will es nicht. Das ist der Ölgericht! Es ist ein Problem, es ist ein Problem! Es ist ein Problem, ein Problem! Es ist ein Problem! Das ist doch super! Es ist doch sehr schön! Wir machen uns einen Problem, der Mauchattel. Was geht, was geht? Das ist das. Ja, nein, ja, ja, ja. Bahia! Das ist 2013. Der sieht schlecht aus. 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 Vielen Dank. Hallo, Yakanji. Hallo. Hallo! Kein Telefon hier. Bogus, Bogus! Hey, yo! Du bist gut? Gut, gut, gut! Was geht ab? Mache! Muspart war geil! Hallo, Daniel. Wie ist dein Deutsch? Nein, kein Deutsch. Nein, Deutsch war richtig. Heute nicht? Aber gestern war's. Gestern war's sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich meine, neue Job-Kommandator. Sky. Oder das. Was du willst? Sport 1. Mit Jamie zusammen Deutsch. Grüß dich mal. Viel Spaß! Auf die Seite. Danke. Hab ich das, was ich nicht gemacht habe? Hab ich das mal gesehen? Geht ihr hier auf die Tänze? Ja! Ja. Ach, Jamie! Aber wir haben zogiert! Wenn du das machst... Wenn du das machst... was du mit dirain? Apf... Apf... So, wie geht es auf... Applaus Ich bin der Ausführer. Ich bin der Ausführer von Ariemi. 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 Kommen wir mal zum groben Foto. Unser Clipfotograf Alex klärt hier gerade alles. Was für ein Bild. Wie viel Brunnen, Otto? Na, aber Beinies. Ein Tunnel, dann möchtest du. Aber wär schwer, weil die kennen mich alle. Viel Spaß. So, liebe BVB-Fans, die Saisoneröffnung geht noch weiter. Es wurden alle präsentiert. Und hier im Hintergrund gibt's jetzt einmal noch das Legendenspiel. In diesem Sinne würde ich mich hier schon mal ausklinken. Danke, dass ihr euch das Video ein bisschen angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier geht's für die nächsten beiden Videos. Und ja, bis zum nächsten BVB-Vlog. Bis dann, ciao. Bis dann, start. Los, dann. Los, dann ja, abonni. Fabio! hart abonni eiss!